Hallo Björn, Hallo Thomas, das ist Matthias. Ich möchte euch mal zeigen, wie wir die Pegel einstellen können, falls etwas nicht gut wäre. Wir drücken hier ein. Zuerst auf Menü. Nachher im ersten Feld Edit. Nachher im dritten Feld Levels. Nachher sind wir hier in dem Modus, in dem wir alles einstellen können. Im ersten Fenster sehen wir, dass wir jetzt hier der Main links sind. Hier mit Pfeil hoch und runter kannst du den Kanal anwählen. Nachher verstellen wir am Gain, der jetzt 0,0 dB ist. Und wir sind hier auf dem Input vom Main links. Wenn du auf dem zweiten Fenster hoch und runter gehst, kannst du hier die Höhe und den Pass verstellen. Wenn du auf dem rechten Kanal beispielsweise den Pass verstellen möchtest, gehst du hier hoch, bist auf rechts und bist dort. Gerade in diesem Fenster wird der Subwoofer. Hier hinten kannst du Gain verstellen. Oben dran macht es immer 1 dB Plus. Unten dran, das wäre Minus 10 dB. Und hier ist dann wieder Minus 1 dB. Und noch eins weiter unten sind dann Zettelschritte. Hier oben sind dann wieder Zettelschritte Plus. So. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mir anrufen. Ich bin immer erreichbar. Ich danke euch für einen tollen Einsatz. Danke, Björn. Danke, Thomas. Und danke, Immanuel. Merci vielmals. Ciao, ciao.